Herzlich willkommen zu der allerersten Ausgabe des allwöchentlichen Wahlbarometers. Hier erfährst du alles, was gelaufen ist im Wahlkampf, der jetzt langsam aber sicher in die heisse Phase geht. Also fangen wir an bei der FDP. Dort scheint die Kommunikation ziemlich wichtig zu sein. Sie haben an einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz, nämlich die SP, frontal angegriffen. Man nennt das in der politischen Fachsprache ein Buben-Drittli. Und auch auf der Gegenseite bei der SP scheint die FDP irgendwie im Wahlkampf vorzugehen. Zumindest wenn man die Bilder der Kampagne anschaut, könnte man diese Leute als typische FDP-Wähler interpretieren. Die SVP wiederum sorgt sich in erster Linie um die Unterhaltung der potenziellen Wähler. Und damit ist nicht nur die unfreiwillige Unterhaltung gemeint, die passiert, wenn sich SVP-Politiker äussern, sondern auch zum Beispiel das Spiel, das man findet auf der SVP-Webseite, wo man mit dem berühmten, aus Liedkunst bekannten Hund, Willi, kann sein Eigentum gegen böse Ratten verteidigen. Sie haben es ausprobiert und das macht wahnsinnig Spass, also Unterhaltung gelungen. Die BDP wählt wiederum eine ganz andere Strategie und setzt im Wahlkampf auf BDP-Honig. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die sie haben, um irgendwie im Parlament doch noch festkleben zu bleiben. Die SVP will sich jetzt, wie man hier sieht, wieder mehr auf das C, auf das Christliche im Namen berufen. Ich weiss nicht, ob sie damit wichtige Kirchen vertreten können, aber vielleicht können sie ja auf die prominente Unterstützung zählen. Ganz viele Kandidaten, die sich also bewerben für Sitz im Nationalrat, Ständerat, aber es gibt auch die, die aufhören, die zurücktreten. Und mit dem haben im Moment die Grünen zu kämpfen. Weil der beliebte Nationalrat, Geri Müller, hat gesagt, er mache nicht mehr weiter und da gilt es jetzt einen Ersatz zu finden. Ja, was schon klar ist, ist, dass mit dem Abgang von Geri Müller die Politik in der Schweiz sicher um ein gutes Stück weniger transparent wird. Das war es von deinem ersten Update zu der heissen Phase des Wahlkampfs. Mach im Voting mit, wo du sagen kannst, welche Partei es in deiner Ansicht nach bis jetzt am besten macht. Und dann siehst du, ob der Wahlbarometer dein persönlicher Ehr nach rechts oder nach links ausschlägt.